Herzlich Willkommen zu Feedback, das bekannte Format, in dem ich immer die Woche Revue passieren lasse und die lustigsten Kommentare vorlese, die es so gab in der Woche und erzähle, was gemacht wurde und was noch kommen wird. Und ja, los! Ich habe jetzt meine neue Internetleitung und am Freitag gab es direkt einen spontanen Stream, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht und ich werde auch in Zukunft weiter streamen. Wird dann, wenn es spontan ist, immer über Twitter angekündigt und ein kurzes Infovideo wird auch noch auf YouTube kommen. Ansonsten werde ich das immer ein paar Tage vorher sagen, aber bis jetzt ist noch nichts geplant. Deshalb einfach bei Twitter und Twitch unsere Folgen. Links sind wie in der Videobeschreibung und dann werdet ihr auch nichts verpassen. Kommen wir nun zu den Kommentaren der letzten Woche. Unter der Geschichte von Klängern schreibt Jimon Klsak... Wo bist du? Hä? Unter der FürWieviel-Folge Nummer 3 schreibt Ja! Angela Merkel hat kommentiert! Mama! Angela Merkel! Unter dem Video Starstube vs. Tubesars sagt Oh ja, und wie? Unter der Confessions-Folge Nummer 37 sagt Gimbal Guido. Lass dir doch Gameplays von deinen Abonnenten schicken, dann hast du weniger Arbeit, musst nicht mehrmals dasselbe Gameplay verwenden und das Gameplay ist spannender bzw. mit mehr Kills. Nichts gegen dich kann auch nicht PvP. Dann wäre ich aber nicht mehr Street und Reel. Für wie viel würdet ihr euch von einem alten Pedo einen richtig schönen Deepfraud geben lassen, dass ein haariger, faltiger Sack gegen eurer Kinn schlägt und seine Schamhaare eure Nase kitzeln? Mit schlucken versteht sich. Unter der FürWieviel-Folge Nummer 17 Du hast vergessen am Ende einzublenden, wie viel alles kostet. Steht in der Infobox. Hat er sogar extra gesagt. Also bis zum Ende gucken und dann nicht mitzubekommen, dass die Werte in der Videobeschreibung stehen. Das ist schon ziemlich dumm, ja. Der Erlöser HD 187 schreibt, Taddle ist ein Kiffer 100%. Wer ist Taddle? Taddle. Filter. Kanal. Taddle. User Taddle. Videos. Mocking Around. Ja, der ist wahrscheinlich wirklich Kiffer. Dann sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich werde mal gucken, wann wir die Woche mal Livestreams machen werden. Wird auf jeden Fall kommen. Wahrscheinlich eher spontan. Ich freue mich schon auf die kommende Woche. Ich hoffe, euch werden die kommenden Videos auch wieder gefallen. Montag geht es weiter mit Confessions. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.